Ich brauchte ein neues Bett und da habe ich schon mal von jemandem gehört, der hat ein Bett aus Pappkarton. Da habe ich gedacht, das ist ja super, da muss man nicht großartig irgendwas rumschrauben, da ein Bettgestell aufbauen. Einen Lattenrost spart man auch und beim nächsten Umzug, das Ganze umgekehrt, kann man das viel einfacher auch wieder zusammenbauen und dann wieder mitnehmen. Also habe ich mir jetzt ein Pappkartonbett bestellt und jetzt auch bekommen und das packe ich jetzt aus. Musik Ja, fertig, oder? So, das ging ja rucki zucki, das habe ich einfach auseinandergezogen. Jetzt fange ich dann die Matratze drauf. Gut, das müssen wir natürlich noch gleich ein bisschen ordentlicher machen, aber im Prinzip ist das jetzt mein neues Bett. Und jetzt kommt der ultimative Test. Ja, kracht nicht zusammen und hält mich. Finde ich super, super Idee. Ich bin begeistert. Jetzt darf ich nur nicht zu viel zunehmen für Leipzig in Weihnachtsfeier tragen. Musik Musik